Herzlich Willkommen meine Freunde zu The Walking Dead zum nächsten Part ja ich habe das noch mal neu aufnehmen müssen weil das der Ingame Sound zu leise war also habe ich die restlichen sechs Parts durch weggelöscht und ja wir starten jetzt noch mal hier durch Luke's not with you where's Alvin I don't know where Alvin is go what happened he's been hours where are they we got attacked by who walkers Jesus Jesus no no wahrscheinlich erst der Mexikaner Jesus zu singen thank God where were you where were you exactly down by the stream we gotta go just hold on a minute my husband is still out there get the guns get the carry get the 9mm goes bang bang ja ich habe ihnen auch gesagt dass sie nicht bewegen Clementine can you please watch Sarah alles klar ich passe schon auf die kleine an ich glaube ich mache die Tür auf dem walker oder was spinnst du die denken auch dass ich ein geistig behindertes kind bin ist ein wahnsinn hey spinnst du jetzt meine memory eresen okay halt weil wir sozial sind machen wir ein foto von hier geben wir jetzt passt okay jetzt sich hier ausmacht make yourself naked ja tja dass ich scheiße auf das im foto der just fishing Clementine was ist los dick hat so viel apfelmittel getrunken die kleine freut sie sich ne die ferne fern oh shit will you show me how to use it nö spinnst du halt die schnauze what if i have to use one it's too dangerous everything is dangerous i need to know sometimes ja da vielleicht ich selber mit speer dad teach you what should i shoot don't do that sorry 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 maybe i could practice outside there's that tree hmm hey look back look skywalker use the force my little fella so wir sind jetzt hier runter das ist niemals luke wieso ist dieser feinste gut gerne geht wie ein geist herum clem i think i know him he can't see me you have to make a go away go and find somewhere to hide where no clem i can't breathe i can't breathe so ich mach das schon bin ja die erwachsene von uns beiden ich spür das jetzt zu ja genau wer ist denn die tür auf meine ich glaubte kein wort ich hab dich nicht gefragt dass du das haus verlässt das ist ein nice place is there anyone else around you don't usually see cabins this big out here just me and and dad yeah what's his name ed strong name i like him already where is he he's out well i'll cut to the chase i'm out looking for my people seven of them to be exact they've been gone a long while and i'm worried they might have gotten lost tja kann auch sein couple of farm boys and an old man spanish guy and his daughter quiet girl bit taller than you big black guy this big i haven't seen him well that's a shame hmm you sure pretty sure was will er überhaupt sie er soll sich jetzt lieber pissen können du kannst du mir einen gefallen tun und einfach das haus verlassen oder ich jag dir das verdammte besser in den rücken rein hmm it's a lot of plates for two people looks like a tornado ran through here yeah well i'm supposed to be doing the dishes just passing through or you been here a while hey listen kid i hope you're not one of those nuts headed up north looking for shangri la now i'm not sure why you'd go anywhere after finding this place just passing through going north oh shit a lot of people headed that way lately me i don't get it it's just as much nothing up there as there is down here and i can't stand that yankee weather the cold slows them down well that's not worth the trade in my opinion where does this go oh i'll take it it's a real nice place kinda cozy cozy jacuzzi oben auf dem dachboden i knew a guy that always wore shirts like this doctor real smug son of a bitch what happened to him let's just say we had our differences sooner or later people close to you will find a reason to cross you happens every time er soll endlich weg gehen wieso kann ich mir einfach nur die waffe abnehmen oh white is in trouble three moves away from checkmate what was that mein magen sorry ich hätte vorher wohnen und jetzt will das alles raus ja die ist auch so dumm ehrlich gesagt niemand ist hier es ist der wind tja es ist der wind jetzt packt er auch noch die waffe raus im son im son ok Ja, sie ist total gar nicht offensichtlich da. Ah, Junge. Wer ist das? Na, es ist ein Kind. Ja, sieht aus, dass es in diesem Raum genommen wurde. Du hast keine Ahnung, wer diese Leute sind, oder? Ich weiß nicht, was du sprachst. Lass mich dir das fragen, als du sie kennst, wie viel sie dir vertraut haben? Was ist dein Punkt? Wenn die Leute nicht dir vertrauen, wie kannst du ihnen vertrauen? Ich denke, ich habe dich genug genug verletzt. Ich kann mich selbst rauslassen. Warte, wer bist du? Du hast jetzt einen wirklich guten Tag. Du hast jetzt einen wirklich guten Tag. Ja, und Sever Pellin ist natürlich wieder die, die das hier Probleme macht. Was ist, wenn er zurückkommt? Tja, dann schießt mir eine Kugel in den Kopf. Mein 9 mm Kuss. Kommen wir jetzt nach Hause. Hält die Ablau. Betze, Alter. Halt die Schnauze. Halt die Tür. Er hat nur in den Kopf genommen. Sie sagt die Wahrheit. Er hat ihn gesagt, was er sein Name war? Er hat ihn gesagt, was er sein Name war? Vielleicht nicht er. Er hat gesagt, dass er sein Name war George. George? Das ist was er gesagt. Schau, Clem, sag uns, was er sah? Was er hat er? Er hat er anders gehört? Er hat seine Sprache war... ...grabbelig. Wie? Ich weiß nicht. Er hat ein bisschen tief und schrackig. Er hat über dich gesprochen, Papa. Das war er in dieser Tone, okay. Right. Was ist kommen, ist ein Finger passiert? Ich habe das Bild genommen. Es ist meine Schuld. Nein, ich habe sie gefragt. Es ist meine Schuld. Sarah. Er war schlau. Wir haben Glück gehabt. Er war nicht erwartet, uns zu finden. Clementine hat ihn überrascht. Sie hat nicht da gewesen. Er war zu schlau, um sich herum zu sitzen. Aber er wird mit dem Rest zurück. Wir haben nicht viel Zeit. Er ist richtig. Und alle packen. Wir gehen jetzt. Alvin, warte! Wir müssen jetzt nachdenken, bis er wieder zurückkommt. Aber es wird okay sein. Lass uns einfach deine Sachen zu holen. Und was er will? Wir bringen uns zurück. Clem, ich weiß nicht was er gesagt hat, aber William Carver ist ein gefährlicher Mann. Er ist der Leiter eines Campes nicht weit von hier, und er ist sehr smart. Wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt. Sie waren Glück gehabt. Sie sind Glück gehabt. Aber jetzt, dass er dich gesehen hat, wird du sicherer mit uns. Wir müssen uns wegziehen. Wir müssen uns wegziehen. Wir müssen Nick auf dem Weg finden. Du weißt, wo er war, oder? Ja. Okay. Jeder holt ihr was. Lass uns den Weg gehen. 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 Hey Clem. Sorry if I gave you some shit back there. I'm just a little on edge. It's just a tough time right now, with the pregnancy and all. Why is Carver after you? After me? Guck mal, ihre Titten hängen wie Hacky-Sack-Fußbälle. Oh, du meinst uns? Es ist eine lange Geschichte. Er hat einen schweren Zeit, ihn zu gehen. Ja, man merkt es. I know you did your best back there. You know, none of us would make it on our own. Sometimes it's hard knowing just how dependent I am on everyone. True story sister, true story. I'm not used to that. I'm not comfortable with that. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to work on my patients. Calvin and I still don't know what to call her. Or him if that man gets his wish. God help me. Any ideas? Clem? Tja. Wir sind angekommen. That's where we were. Nick! Alter. Get the door. Wer sich anhört. Und ja, natürlich zuerst den Kopf reinstecken, bevor man die Tür aufmacht. Hm. Ist ein Zombie? Tja meine Freunde, das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge von The Walking Dead.